Ja, machen wir weiter im Programm mit der Predigt, würde ich sagen. Ich möchte gerne mit uns nochmal gemeinsam beten. Ihr dürft sitzen bleiben. Und ja, Vater im Himmel, ich möchte dir durch deinen Sohn Jesus Christus danken. Danken, Herr, dass wir Zugang haben zu dir. Danke, dir danken, dass du den Vorhang zerrissen hast, ja. Auch den Vorhang in unseren Herzen zerrissen hast, ja. Und dass du jetzt als Heiliger Geist in uns wohnst. Und dass wir deine Kinder sind, dass wir zu dir gehören, Herr. Dass wir dein Eigentum sind, dass wir dein Tempel sind. Einmal persönlich, alleine, aber auch als Gemeinde, als lebendige Steine, Herr. Du wohnst in uns. Wir sind heilig, weil du heilig bist und weil du uns durch dein Blut geheiligt hast, ja. Danke, Herr, dass du dich so sehr mit uns persönlich identifizierst, dass wir deine Kinder sind. Danke dafür, dass du uns in deiner Familie aufgenommen hast. Im Namen Jesu. Amen. Ja, wir lesen weiter in Matthäus 10. Genau. Nee. Doch, 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 doch. Okay, sieht bei mir größer aus als hier. Also Matthäus 10. Wir haben ja, wenn sich jemand auch daran erinnern kann, was wir da gemacht haben. Wir haben in Matthäus 10 ja lange gelesen eigentlich. Wir haben diese Stelle auch schon dreimal gelesen. Heute das dritte Mal. Und da ging es ja auch darum, dass das war so ein bisschen, worum es geht, dass das für Jesus die Beziehung zu Gott wichtiger ist als unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Obwohl sie ihm auch wichtig sind. Es ist wichtig, dass wir uns lieben, dass wir uns verstehen. Aber in allererster Linie will er uns erstmal retten. Er will uns mit dem Vater wieder verbinden, verknüpfen. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Und dann sagt er auch, dass er uns wie Schafe und der Wölfe auch herausgeschickt hat. So wie auch die Jünger und so. Das heißt, es wird in dem Prozess des Gehens und des Verkündigens und des Evangelisierens zum Beispiel wird das ganz viele Angriffe geben können und das wird kompliziert werden. Und jetzt sagt er halt diese Verse hier. Und da heißt es, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Und dann erklärt er hier so, erzählt er was über Lohn. Und dann sagt er hier in Vers 41, wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe diese Stelle nicht. Ich weiß nicht, was ein Lohn des Propheten ist. Aber ich habe das für mich so interpretiert. Und das bedeutet so ungefähr, dass wenn ich in meinem Haus einen Propheten aufnehme oder jemanden begrüße und aufnehme, dann werde ich den Lohn eines Propheten bekommen. Also den Lohn, den ein Propheten bekommen würde, den bekomme ich auch. Und wenn ich einen Gerechten aufnehme, weil er ein Gerechter ist. Also hier ist, ich nehme den Gerechten auf, weil er gerecht ist, weil er ein guter Mensch ist. Oder ich nehme den Propheten auf, weil es ein Prophet ist, weil er einen großen Namen hat, weil er ein Mann Gottes ist oder so. So, dann bekomme ich halt auch dementsprechend einen Lohn. Er wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und jetzt heißt es hier in Vers 42 und Prophet und Gerechte sind erstmal sehr große Namen. Ja, also ein Prophet, Moses oder so oder ein Gerechter ist jemand, der sie bewährt hat, der gute Taten hat oder wie auch immer und so weiter und so fort. Ich weiß nicht genau, wie es hier gemeint ist, ob er schon hier aus der Evangelium bezogen hat oder nicht. Aber hier heißt es dann Vers 42, wer ein von diesen gering geachteten oder diesen kleinen in anderen Übersetzungen hier auch nur einen Becher kaltes Wasser zu trinken gibt, weil er mein Jünger ist. Davor, weil er ein Prophet ist, weil er ein Gerechter ist. Und hier ein klein gering, ein dieser gering, diese verachteten Menschen, ja, die gehasst werden in der Welt, ja, welches ein Schaf unter den Wölfen ist. Wenn jemand einen von diesen aufnimmt, zu Hause aufnimmt, Gastfreundschaft übt, weil er mein Jünger ist, also weil er zu mir gehört, weil er, also nicht zu mir, sondern zu Jesus gehört, weil er an Jesus glaubt, ich versichere euch, er wird gewiss nicht ohne Lohn bleiben. Andere Stellen oder Übersetzungen sagen, er wird seinen Lohn nicht verlieren. Und wir finden das schon auch in anderen Übersetzungen oder anderen Stellen der Bibel. Da heißt es zum Beispiel, als Paulus die Gemeinde verfolgte und dann halt, bevor er Christ geworden ist, dann kam dieses Licht, er fiel auf den Boden und dann sagte Jesus zu ihm, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Oder Saul, warum verfolgst du mich? Und er so, hä, nach dem Motto, warum, wen verfolge ich jetzt? Und dann, er verfolgte die Gemeinde, er verfolgte die Christen. Und ohne es zu wissen, hat er eigentlich Jesus verfolgt. Also diese starke Identifizierung Jesu mit seinen Kindern, mit den Christen selbst. Das heißt, Gott identifiziert sich mit dir so stark, dass er sagt, alles, was die Menschen dir antun, das tun sie mir an. Also das Gute und auch das Schlechte. Das ist gleichgestellt, das ist krass. Überlegt euch mal, der Gott des Universums stellt sich mit mir auf eine Ebene, identifiziert sich mit mir. Ich, der ein kleiner, großer Sünder bin, der gering geachtet bin und Gott identifiziert sich mit mir. Und Johannes sagt auch noch dazu, als Ermutigung für uns, wie kannst du sagen, ja, im Johannesbrief, wie kannst du sagen, dass du Gott liebst? Wenn du den Bruder, die Schwester, den Menschen vor dich, der zu Gott gehört, den nicht liebst, wie geht das überhaupt? Du belügst dich selber eigentlich damit. Also wieder dieser Vergleich, ja, also wenn ich dich nicht liebe, den ich dich sehe, wie kann ich Gott lieben? Ich belüge mich selbst damit. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Und dann heißt es hier, wer einem von diesen Geringgeachteten auch nur ein Becher kaltes Wasser zu trinken gibt. Und hier spricht da jetzt nicht die Menschen an, die wir uns Christen so ungefähr, sondern er sagt, eigentlich, wenn irgendein Mensch, das ist jetzt auf Christen und nicht Christen bezogen, einen Wiedergeborenen, einen Christen, Menschen aufnimmt, weil er zu Jesus gehört, dieser wird sicherlich einen Lohn bekommen. Jetzt die Frage, also ich habe mich dann gefragt, das heißt, auch wenn Nichtchristen einen Christen aufnehmen, weil sie zu Jesus gehören, was ja schon eine starke Offenheit im Herzen anzeigt, dann bedeutet das, dass Gott auch diesen Menschen, diese Familie, dieses Haus, er wird es segnen, er wird es belohnen. Wie jetzt der Lohn aussehen wird, steht hier nicht drin. Aber hier heißt es, ich versichere euch, er wird gewiss nicht ohne Lohn bleiben. Und dann ist mir so ein Gedanke gekommen, also heute werden wir über Lohn reden, das heißt, wir lesen noch kurz diese Stelle durch, kurz darüber reden, aber dann ist mir auch bewusst geworden, Gott hat uns zum Segen bestimmt. Das heißt, wenn ich als Christ mich einladen lasse, dann tue ich eigentlich dem anderen einen Gefallen. Könnte man jetzt so richtig ausbeuten, oder? So. Ihr müsst mich einladen. Damit tue ich euch ja was Gutes, weil dann kriegt ihr einen Lohn. Also da habe ich gemerkt, man muss auch annehmen können. Wir sind immer so zu bescheiden, also anzunehmen, irgendwas in Anspruch zu nehmen, sagen, ja, ich nehme es gerne an, damit helfe ich dem anderen Menschen, einen Lohn zu sammeln und wir sollen uns gegenseitig helfen. Oder was, wenn ich als Christ mich zu Hause einsperre? Dann verhindere ich doch irgendwo, dass andere Menschen durch mein Leben einen Lohn bekommen. Das heißt, wenn ich irgendwo unterwegs bin und irgendwann gibt mir ein Glas Wasser, weil ich ein klein gerichteter Christ bin, ja, dann wird dieser Mensch deshalb belohnt. Eine kleine Tat. Aber jetzt nicht nur für die anderen Menschen, also auch für uns auch. Wir müssen ja da miteinander umgehen, weil wir nur alleine, alleine weil wir zu Jesus gehören. Nicht, weil ich jetzt hier den Philipp sympathisch finde oder meine Frau sehr sympathisch finde, sondern manchmal vielleicht auch, tu, etwas tue, weil meine Frau zu Jesus gehört. Vielleicht, weil ich ihr vergebe, nicht nur, weil sie jetzt total sich toll und gut verhält oder sowas, sondern weil sie zu Jesus gehört. Das können wir auch mal in der Ehe manchmal auch üben, mal einen Tag lang Bruder und Schwester zueinander sagen. Könnte interessant werden. Einander dienen. Und wenn schon ein Becher kaltes Wasser so eine Auswirkung hat, dass Gott sagt, boah, ich lasse mir nicht zu Schulden kommen, weil das, was du gerade diesen Menschen getan hast, hast du eigentlich mir getan, diese starke Identifikation. Und ich glaube, das vergessen wir ganz oft. Wir haben es hier nicht nur mit Menschen zu tun, wir haben es hier mit Gott zu tun. Das ist ein heiliges Werk, das ist ein heiliges Haus. Und wie ich mit dir umgehe, gehe ich, so gehe ich auch mit Gott um. Und wie du mit mir umgehst, du gehst auch mit Gott um. Das ist eine starke Verantwortung, aber auch eine Gelegenheit, eine Chance zu sammeln, Schätze zu sammeln im Himmel. Lohn zu sammeln im Himmel. Und jetzt möchte ich gerne zum Lohn rübergehen, weil es hat was mit dem Umgang mit Menschen zu tun. Hier aneinander sammeln wir den Lohn. An dem Auftrag Gottes sammeln wir den Lohn. Und jetzt möchte ich euch mal eine, ich habe mal eine, das hat mich selbst so beschäftigt, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich an den Lohn denke, ich kann damit generell nichts anfangen. Kann jemand was damit anfangen? Wer kann mit Lohn was anfangen? Hand hoch. Wer, also an den himmlischen Lohn. Okay. Ja, ein bisschen so, wer halb, Hand hoch geht auch. Oder mal noch anders gefragt, nochmal melden jetzt, wem ist es wichtig, im Himmel einen Lohn zu bekommen? Hand hoch. Okay. Schon mehr. Wem ist es egal? Hand hoch. Keinem egal. Okay. Ich weiß nicht genau, wie es euch geht. Mir geht es so, wenn ich daran denke, ich bin doch ein Sünder. Ja, ich bin ja total dreckig, ich bin und so weiter. Jesus ist für mich gestorben und dass ich alleine gerettet bin, dass ich ewiges Leben habe, Vergebung von Gott habe, reicht mir doch schon vollkommen aus. Ja, wenn ich doch im Himmel ankommen werde und endlich meine Ruhe für meine Seele habe, das ist für mich schon Belohnung genug. Wenn ich in der Gegenwart Gottes sein kann, das ist doch für mich Belohnung genug. Ich will gar keinen Lohn haben. So geht es mir. Aber wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, was heißt ich, ich habe mit Vini letztens gesprochen, bei Schüco einen Monat gearbeitet hast, willst du dann dafür Lohn haben oder nicht? Nö, ich bin da so, weil es mir Spaß macht. Also, ich bin da gerne. Würde keiner von uns machen. Wenn man uns den Lohn nicht zahlen würde, würden wir ärgerlich werden, würden fordern, würden Streik gehen. Oder wenn der Lohn so niedrig ist, würden wir streiken vielleicht. Und ich merke auch eigentlich, dass ich mit dem Thema Lohn ganz anders umgehe als das, wie die Schrift sagt. Die Schrift geht damit viel aktiver und viel fokussierter um und viel zielgerichteter um. Und wir lesen schon in Matthäus 6, Vers 19, 21, genau. Das sagt Jesus selbst, haben wir schon gelesen. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten, Rost noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Da, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus geht so weit mit seinen Aussagen, dass er sagt, sammelt euch nichts an auf dieser Erde. Legt nichts auf dem Konto an. Jetzt, ich übertrage es mal auf uns heute, da würde keiner von uns mitgehen. Keiner. Ja, habt keine Reichtümer auf dieser Erde. Okay, Reichtümer vielleicht, das ist so ein bisschen mehr als das, was sie brauchen. Reichtümer auf dieser Erde. Und warum er das nicht will, er will nicht, dass wir dieses Erleben, wo Motten und Rost und Diebe kommen und es fressen, sondern wir sollen vielmehr einen Fokus auf das legen, was für immer und ewig bleibt. Legt darauf euren Fokus, sammelt euch lieber Schätze im Himmel. Ja, und ich habe dann so für mich überlegt, also bei Lohn geht es nicht mehr sozusagen ums ewige Leben. Das ist sozusagen das Standardgeschenk, was jeder Mensch bekommt, wenn er an Jesus glaubt. Das heißt, ich komme zu Jesus, ich glaube an ihn, ich bekenne meine Schuld. Ich glaube, dass er für mich am Kreuz gestorben ist, ist ewiges Leben, diese Sohnschaft, eingegliedert werden in seiner Familie, ein Geschenk. Das ist kein Lohn. Das ist ein Geschenk. Das hat jeder von uns, der an Jesus glaubt. Das ist so ein bisschen so wie, ich habe gedacht, wie kann ich mir das denn vorstellen mit dem Lohn? Das ist so ein bisschen so wie die Weihnachten für Kinder, oder? Meine Kinder gehören zur Familie, die sind Teil der Familie und an Weihnachten kriegen sie halt Geschenke. Und dann freuen sie sich darauf, diese Geschenke. Also die gehören zur Familie, aber dann gibt es noch diesen Bonus, sozusagen. Und darum geht es auch, Jesus will, dass wenn wir in die Ewigkeit eingehen, wenn wir vor Gott kommen, dass wir dort nicht arm sind, sondern dass wir reich sind. In 2. Korinther 5, Vers 10, ich habe gedacht, diese Dinge sind wichtig für uns zu hören, weil ich glaube, wir leben oft viel zu passiv und die sollen es ein bisschen aktivieren. In 2. Korinther 5, Vers 10 heißt es, kannst du weiterklicken? Habe ich nicht? Na gut, dann lese ich es vor. Also ich habe irgendwie das nicht eingepackt. Da heißt es hier, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Und dann wird jeder den Lohn für das bekommen, was er in seinem Leben getan hat. Mag es nun gut oder schlecht sein? Also es wird in der Bibel unterschieden. Es gibt sozusagen zwei Richterstühle. Einmal das Weltgericht. Da geht es nicht um Lohn. Da geht es nur gerichtet werden nach den Werken. Aber die Menschen, die schon zu Jesus gehören, sie werden auch einen Tag haben, wo sie vor dem Richterstuhl Christi erscheinen werden. Und dann werden sie Lohn bekommen für das, was wir tun. Sie werden eine Belohnung bekommen für das, was wir tun. Ja, zum Beispiel in Römer Vers 14, 10 heißt es, warum verurteilst du deinen Bruder? Also wir sollen nicht mal unseren Bruder richten, wie er seinen Dienst ausübt. Oder seine Schwester oder jemanden in der Gemeinde. Wir sollen nicht gucken, ach, der macht seinen Dienst so, das macht alles vor den Menschen, das ist fleischig, das ist weltlich. Ja, dann heißt es, warum verurteilst du dann deinen Bruder? Und du, warum verachtest du ihn? Ja, wir werden doch alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Also vor dem Richterstuhl Jesu Christi. Denn es heißt in der Schrift, so weit ich lebe, spricht der Herr, alle Knie beugen sich einmal von mir und jeder Mund bekennt sich zu Gott. Also wird jeder von uns selbst, für sich selbst, vor Gott Rechenschaft ablegen. Also da kommen wir nicht dran herum. Also es ist nicht nur einfach, dass ich jetzt geglaubt habe und ich bin gerettet. Das ist sozusagen die Basis, ja. Aber dann wird es noch ein Preisgericht, vielleicht hört sich das sogar besser, ein Preisgericht geben. Da wird es Pokale geben. Und wir werden in der Bibel ermutigt, darauf hinzuzusteuern und unser Leben auf diesen Moment auszurichten. Sammelt euch Schätze im Himmel. Dort wird entschieden, was passieren wird in meinem Leben. In Lukas 19, da heißt es, da lesen wir genau, Lukas 19 habe ich hier. Jetzt habe ich so gedacht, ich möchte gerne, ich habe so zwei Bewertungen, zwei, drei Bewertungskriterien rausgelesen, die wichtig und relevant für uns sind, dass wir wirklich einen Lohn erhalten. Weil das ist das, was Jesus will. Er will, dass wir nicht nur dort sozusagen ankommen, sondern dass wir auch reich dort ankommen vor Gott. Da ist es hier in Vers 19, in Kapitel 19, Lukas. Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte. Achso, Vorgeschichte, ja, da gibt es einen adeligen Menschen und der hat dann seinen Dienern, hat er Talente gegeben, Geld gegeben. Und die sollten mit dem Geld wirtschaften. Ja, und er hat jedem Einzelnen ein Talent gegeben. In diesem Fall, Lukas 19 ist ein Talent pro Person. Und dann kommt er wieder, nachdem er sein Reich empfangen hat. Und jetzt spricht er mit seinen Knechten, mit seinen Dienern. Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, da sagte er, man solle diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu ihm rufen, damit er fuhr, weil es an jeder erhandelt hatte. Der Erste kam aber herbei und sagte, Herr, dein Fund, also Währung von damals irgendwie, hat zehn Funde hinzugewonnen. Also er hat ein einziges gehabt und er hat dieses eine so, also er war nicht faul, er hat nicht irgendwie rumgesessen, sondern er hat diese Gabe, dieses Talent, dieses, was Gott ihm anverantwortet hat, hat er fleißig und aktiv genutzt. Er ist losgegangen und hat es vermehrt. Und jetzt sagt Gott zu ihm und er sprach zu ihm, recht zu, du guter Knecht, weil du im geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über zehn Städte haben. Weil du im geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über zehn Städte haben. Heute haben wir schon in der Erleitung gehört, über die verborgenen Dienste, die keiner sieht, die gemacht werden. Die Dienste, die vielleicht klein sind, die irgendwie, was weiß ich, die unsichtbar scheinen. Überleg mal, du machst diesen Dienst, diesen verborgenen Dienst dann. Und dann kommt so ein Prediger, wie ich, der vorne steht und er denkt, er dient dem Herrn, er predigt das Wort und so weiter und so fort. Aber in meinem Herzen stimmt alles nicht, das ist alles verdreht. Und du machst einen kleinen Dienst, treu in deinem Leben. Du kommst an und sagst, okay, Herr, der Herr sagt zu dir, hier hast du zehn Städte. Und ich komme an und ich kriege da keine zehn Städte. Ich habe sowieso gedacht, was ist das für ein Lohn, zehn Städte, oder? Wer hat einen Bock auf den Himmel, ewiges Leben, eigentlich mein Spann und dann sagst du, hier ist deine Belohnung, du darfst zehn Städte verwalten. Hört sich in der Arbeit an, oder? Also, versteht ihr, was ist für uns Lohn überhaupt? Das ist nochmal ganz anders bei Gott. Wir denken, im Paradies werden wir auf Wolken rumliegen und Hafe spielen. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir werden sehr aktiv mit Gott unterwegs sein. Auf jeden Fall werden wir nicht mehr beherrscht sein, nicht mehr Beherrschte sein. Wir werden nicht mehr diejenigen sein, die unterdrückt werden. Wir werden nicht mehr die Schafe unter den Wölfen sein. Sondern dann werden wir sozusagen gute Wölfe sein oder super starke Schafe, keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir die Influencer sein, besonders in dem tausendjährigen Reich, was später auf uns zukommen wird, wo wir mit Gott mitherrschen werden auf dieser Erde. Also, er hat einen Talent gehabt, der war super fleißig, der war super aktiv. Und das, was Jesus hier ausspricht, weil du im Geringsten treu warst, weil du einen Wasserbecher gegeben hast. Überlegt euch mal, das ist eine ganz kleine winzige Tat, aber die hat im Himmel eine dynamische Auswirkung. Das ist auch Gnade beim Herzigkeit, weil was habe ich schon als Sünder verdient? Aber Gott möchte uns reich belohnen. Er möchte uns segnen. Ich weiß bis heute nicht genau. Ich habe das durchstudiert in der Bibel. Es gibt nur so Andeutung, was eigentlich der Lohn ist. Hat ganz viel was mit Herrschaft zu tun. Gleichstellung mit Gott sogar. Das ist krass. Die zwölf Jünger sollen auf den Richterstühlen sitzen und die zwölf Stämme richten. An einer anderen Stelle heißt es, wusstet ihr nicht, dass wir sogar Engel richten werden? Also Richterfunktion haben werden. Auf jeden Fall werden wir nicht mehr die Unterdrückten sein. Das ist ganz klar und deutlich. Ich weiß immer noch nicht genau, was für ein Lohn 100% sein wird. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber eine Sache habe ich verstanden aus all diesen Bibelstellen. Mein Leben als Christ hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Und nicht nur auf die Ewigkeit, auch auf das, was hier auf der Erde passiert. Und das wollen wir aktiv leben, nicht es verpennen sozusagen. Also er war mit einem Talent treu, dann kam der zweite in Vers 18. Herr, dein Fund hat fünf Funde eingetragen. Er sprach aber auch zu diesem, und du sei über fünf Städte, und du sei über fünf Städte, genau. Und der andere kam und sagte, Herr, siehe, hier ist dein Fund, das sich in einem Schweißdruck verwahrt hielt. Denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht hingelegt und du erntest, was du nicht gesät hast. Er spricht zu ihm, aus deinem Mund werde ich dich richten, du böser Knecht. Das ist sogar böse, was er hier tut. Indem er dieses Talent nimmt, diese Gabe nimmt. Wir werden in Verantwortung gezogen in dem Moment, wo wir gerettet werden. In dem Moment, wo ich den Heiligen Geist empfangen kann, die Gabe des Heiligen Geistes in mir habe, stehe ich in der Verantwortung, mit dem Heiligen Geist zu leben. Ja, dieses Talent, diese Pfunde zu nutzen. Ja, und wenn ich den Heiligen Geist dämpfe und unterdrücke in mir, wenn ich die Gabe Gottes unterdrücke und dämpfe, dann hat das Konsequenzen in meinem Leben. Ja, und er spricht zu ihm, aus deinem Mund werde ich dich richten, du böser Knecht. Du wusstest, dass ich ein strenger Mann bin, der ich nehme, was ich nicht hingelegt und ernte, was ich nicht gesät habe. Warum hast du mein Geld nicht auf eine Bank gegeben und wenn ich kam, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Warum bist du nicht ein bisschen nur aktiv geworden? Meine Güte, wenn du keine Ahnung hast von Gaben und Talenten, dann geh doch zur Bank und bring das dahin. Dann sollen sie anstelle von dir managen, aber hauptsache, du hättest irgendwas gemacht. Versteht ihr, wie groß seine Faulheit war? Der hat keinen Bock drauf gehabt, der hat es vergraben. Er sagt, nee, das ist mir zu kompliziert. Ich lebe lieber mein Leben und genieße mein Leben und das, was Gott mir geachtet hat, das verachte ich einfach. Ich werde es nur bewahren, hier, hast du es wieder. Das gefällt Gott nicht. Also, es kommt darauf an, dass wir mit dem Kleinen, was wir haben, treu umgehen. Treue ist so wichtig. Mir, mir, ich habe eine Versuchung gehabt, eine kurze, knappe Versuchung, jetzt von nicht allzu langer Zeit, als bei uns finanziell das ein bisschen komplizierter wurde in der Gemeinde. Und dann habe ich mich plötzlich gefragt, kam ein Gedanke, was, wie ist es im nächsten Monat, Michael? Hast du noch deinen Job? Kannst du noch deine Familie ernähren? Und dann kam ein Gedanke in meinen Kopf hinein und der Gedanke war, ist es Zeit für dich weiterzuziehen? Der Gedanke kam bei mir rein, ja. Und dann bin ich ins Gebet gegangen und ich habe ganz klar von dem Herrn empfangen, nein, es ist nicht deine Zeit, weiterzugehen. Ich habe dich hier in die Gemeinde reingestellt, auch wenn du keinen Job und kein Gehalt bekommst, dann gehst du irgendwo Teller abwischen, aber wirst du weiter hier in dem Gemeindehaus und in der Kirche mitdienen. Und ich habe gemerkt, boah, ich habe gar nicht die Freiheit so irgendwie zu gehen oder was weiß ich. Mir ist es so wichtig geworden, in dem Moment, wo solche Versuchungen kommen, einfach treu zu sein vor Gott auch. Deshalb kann ich auch zum Beispiel Church Hopping, wie das gemeint wird, kann ich gar nicht verstehen. Ja, ich verstehe es, dass man in der Gemeinde schlecht läuft. Ich verstehe es, dass der Herr auch einen von einer Gemeinde in eine andere Gemeinde führen kann. Aber einfach zu gehen und zu konsumieren, was ist mit der Treue? Da sehe ich eine Gefahr, seinen Lohn zu verlieren einfach. Unser Dienst ist mehr als nur Gehalt. Unser Dienst ist mehr als nur Hobby. Unser Dienst ist eine Verantwortung vor Gott, die wir tragen. Deshalb Treue ist wichtig in unserem Leben. Treu zu sein mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Besonders mit den Menschen, die er uns anvertraut hat. Aufgaben, Tüche stellen, Spülen und so weiter, ist eine Geschichte. Da dienen wir auch Menschen, das ist auch eine Sache, die wir treu machen vor Gott. Aber sich um Menschen kümmern, das ist ganz wichtig. Ein Glas Wasser zu geben, denen, die zu Jesus gehören. Mega wichtig. In Matthäus 24 wird noch ein anderer nochmal betont. Hier heißt es, wer ist der treue und kluge Knecht? Wieder der Fokus auf Treue. Und sogar in diesem Fall ist es klug. Der treue und kluge Diener, dem sein Herr aufgetragen hat, der ganzen Dienerschaft zur rechten Zeit, das Essen zuzuteilen. Also sein Job ist, vom Diener Essen zu geben. Das heißt, die Gemeinde mit dem Wort Gottes, mit der geistlichen Nahrung zu versorgen. Sei es hier von vorne, sei es untereinander in der Gemeinschaft, sich gegenseitig zu ermutigen. Das ist unsere Verantwortung. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei dieser Arbeit findet, wie sehr darf sich dieser Diener freuen. Ich versichere, sein Herr wird ihm die Verantwortung über sein ganzes Habe übertragen. Das heißt, obwohl der ganz klein über Diener verwaltet hat und Essen zur richtigen Zeit gegeben hat. Und dann kommt Jesus wieder, kommt der Herr wieder und er findet ihn dabei in dieser Position. Dann wird er ihn erheben und ihm die Verantwortung geben über alles, was er besitzt. Und das finden wir auch in der Schrift wieder. Da heißt es, da heißt es, überlegt euch mal, da heißt es, wer überwindet, da heißt es in Offenbarung, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wie auch ich überwunden habe und sich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Das heißt, Jesus, Jesus sitzt da. Ich sitze auf Jesus' Schoß auf seinem Thron. Aber Jesus sitzt mit dem Vater, das heißt, ich sitze mit dem Vater auf seinem Thron. Ich weiß nicht genau, ob ich das falsch interpretiere oder nicht, aber mein Gehirn kann das nicht erfassen. Wer bin ich? Wer sind wir, dass wir solch eine Erhebung von Gott erfahren werden? Das ist der Wahnsinn. Was hat Gott mit uns noch vor? Ich glaube, wir können das wirklich nicht erfassen. Er will uns so gerne singen und er ist nicht geizig in Macht. Er teilt gerne seinen Thron, das kann ich nicht erfassen. Kein Herrscher, Putin teilt nicht seinen Thron, kein Diktator teilt seinen Thron, er möchte seinen Thron mit uns teilen. Das ist crazy. In 1. Korinther 3 gibt es noch einen Punkt, also wir haben den ersten Punkt, das ist Treue. Also wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir die Gaben bekommen haben, dass wir treu mit dem umgehen, was er uns gegeben hat. Und da stehen wir alle vor Gott in Verantwortung und auch, ob wir dafür Geld bekommen oder nicht bekommen, spielt keine Rolle. Weil wir stehen vor Gott in Verantwortung. Das muss jedem Diener bewusst sein. 1. Korinther 3, Vers 10. Hier gibt es eine Stelle, da wird es ein bisschen brenzlig. Hier heißt es, nach der mir verliehenden Gnade Gottes, hier gab es einen Konflikt in der Gemeinde. Da sagte der eine, ich gehöre zu Petrus, weil der Petrus ganz cool predigt. Ich gehöre zu Apostel Paulus, weil der Paulus so gut predigt. Und der Apollos, den finde ich sowieso besser als die anderen zwei. Und dann streiten die sich untereinander, nee, der Apollos und so weiter und so fort. Und dann sagt Paulus folgendes, er sagt, ein jeder Diener, ein jeder Mensch wird geprüft werden bei diesem Lohngericht. Da wird es entschieden und das wird so gemacht werden, wie es jetzt gerade erzählt. Vers 10. Nach der mir verliehenden Gnade Gottes habe ich als erfahrener Baumeister das Fundament gelegt. Er hat ein Fundament gelegt. Das ist Jesus Christus. Ein anderer baut auf dieser Grundlage weiter. Jeder soll darauf achten, wie er weiter baut. Also es ist wichtig, wie wir darauf bauen. Jesus ist in mein Leben gekommen. Ich bin Christ geworden. Ich habe das Fundament Jesu Christi in meinem Leben. Ich bin sicher, ich bin safe. Das Fundament steht. Darauf kann ich bauen. Nur es ist wichtig, wie ich darauf baue, weil das ist hier die Betonung, wie er weiter baut. Niemand kann ein anderes Fundament legen, außer dem, das längst gelegt ist, Jesus Christus. Ob aber jemand auf diesem Fundament Gold, Silber oder wertvolle Steine verbaut oder nur Holz, Heu oder Stroh. Das wird der Tag des Gerichts, also dieses Lohngericht, durch Feuer offenbar machen. Durchs Feuer wird es offenbar machen. Denn das Werk, jedes Einzelne wird im Feuer auf seine Qualität geprüft. Also bei jedem Preisgericht, und dieses Feuer heißt, da geht es immer um Gerechtigkeit. An dem Punkt kommen wir an der Gerechtigkeit Gottes nicht vorbei. Bei der Sünde deckt er uns durch das, was er für uns am Kreuz gemacht hat, zu. Da erfüllt er selbst die Gerechtigkeit. Beim Preisgericht, beim Lohn, wird er trotzdem Gerechtigkeit anwenden. Und das wird durchs Feuer offenbart werden. Hält das, was er auf das Fundament gebaut hat, dem Feuer stand, wird er belohnt. Wenn er es verbrennt, wird er den Schaden zu tragen haben. Er selbst zwar wird gerettet werden, aber so wie jemand, den man aus dem Feuer reißt. Kannst du mal das nächste Bild einblenden? Genau. Ich weiß nicht noch, ich habe so ein Haus. Ich glaube, das ist fast das Wertvollste, was wir so haben eigentlich. Wenn wir so ein eigenes Haus haben. Und ich glaube, da lagern wir alles. Außer vielleicht unser Geld, das haben wir auf dem Konto. Weil wir wissen, so ein Haus ist nicht super sicher. Aber wenn so ein Haus verbrennt. Also ich habe mal irgendwo mal eine Nachricht vor langer Zeit gelesen, da ist ein Bauernhof verbrannt. Das von einem Bauer. Das war seine Existenz. Die haben alles verloren. Die standen da in Tränen, wir haben alles verloren. Oder Menschen, die in Erdbebengebieten waren, wo ihr Haus eingestürzt ist. Sie haben alles verloren. Und dann heißt es hier, dass eigentlich durch so ein Feuer der Inhalt dessen, was in unserem Leben ist, dessen, was wir tun, getestet wird. Und wir brauchen uns gar keine Sorgen machen, wenn wir es richtig gemacht haben. Wenn wir es nicht richtig gemacht haben, dann kann es sein, dass wir uns Sorgen machen müssen. Und dann heißt es hier, hier wird aufgelistet, also die Qualität der Werke, die man haben kann. Das heißt, deine Werke können oder meine Werke können Holz, Heu und Stroh sein. Ja, die können solchen Temperaturen nicht standhalten, da hältst du eine Kerze ran und zack, ist es weg. Also man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie du hast dann halt, ja, so ein Haus. Ist eigentlich ganz gut. Und im Haus liegen deine Gegenstände, deine Werke, deine Taten, meine Werke, meine Taten liegen dort rum. Ja, dann gehe ich auf dieses Lohngericht zu, mein Lebensende oder Entrückung, wie auch immer. Ich gehe darauf zu und dann wird total brutal ehrlich geprüft, was ich tue. Und hier geht es in meinen Augen um Motivation. Um Motivation und mit welchem Herz ich etwas tue. Weil Apollos, und damit warnt er ja eigentlich sie auch indirekt, er sagte, sag mal Jungs, wenn ihr predigt, aus welchen Motiven predigt ihr? Ist das nur menschliche Weisheit, wollt ihr die Menschen einfach nur an euch binden? Euer Werk wird geprüft werden eines Tages, worauf ihr baut. Ja, wir können, wir wissen nicht genau, wenn jemand hier auf der Bühne steht, mag sein, dass es sehr schön aussieht. Aber es kann total selbstzentriert sein. Man will Ruhm und Anerkennung und Ehre haben. Man will sich selbst irgendwie in den Mittelpunkt darstellen. Das kannst du in jedem Dienst, im Großen und im Kleinen, findest du das. Und hier geht es um das Herz. Und das sagte auch Jesus schon auch die ganze Zeit, als wenn wir, wo wir jetzt das Matthäus-Evangelium auch lesen, sagte auch, wenn ihr betet zum Beispiel. Also Lohn heißt nämlich auch eine Auswirkung haben. Auswirkung auf mein jetziges Leben, Auswirkung auf den Himmel haben. Wenn ich bete, dann soll ich ins Verborgene gehen. Und Jesus will mir beibringen, wie ich einen wirksamen Glauben entwickeln kann, der auch noch Lohn bringt am Ende. Dann mach das, mach die Tür zu. Hier, hier, jeder kann sich stellen. Vater, im Himmel, ich preise dich. Du bist der Herr des Himmels und so weiter und so fort. Und zu Hause, da wo Gott sieht, da wo keiner dich sieht, bist du auch noch motiviert, dann dort in dein Städtes Kämmerlein zu gehen, in dein Zimmer es abzuschließen. Und dort, dort im Verborgenen, dort sieht Gott. Er sagt, daher kommt die Wirksamkeit des Glaubens. Ein Glaube, der belohnt wird. Oder Fasten. Ja, ich faste und dann, das haben die Pharisäer in den Schriftgelehrten sehr gerne gemacht, haben sich dann hingestellt und gesagt, ich bin am Fasten. Ich habe gerade so einen Hunger, aber ich mache das für den Herrn. Ja, und damit haben sie ihren Lohn dahin. Sie haben ihren Lohn verloren. Deshalb, hier wird auch durch das Feuer geprüft, wie unsere Taten sind. Einmal treu, treu sein, aber auch mit welchem Herzen machen wir diese Taten. Mit welchem Herzen sage ich das, was ich gerade sage? Mit welchem Herzen diene ich gerade? Meine Frau und ich haben es heute unterhalten. Sie meinten zu mir, ja, wenn jemand seinen Dienst murren macht, dann hat er schon seinen Lohn verloren. Stimmt das? Ja, jemand arbeitet irgendwo hier, was weiß ich, stellt Stühle zum Beispiel. Ja, Lohn verloren oder nicht? Also, ihre Meinung, sie hat, er, sie, wie auch immer, hat es verloren. Mit welchem Herzen tun wir es? Und deshalb dieser Fokus, hey, ich mache das nicht nur für die Menschen. Ganz, was wir ganz am Anfang gelesen haben, sondern ich mache das, weil es Jünger Jesu sind. Und alles, was ich für diese Jünger Jesu tue, das tue ich für Jesus selbst. Ja, eigentlich müssen wir, wenn wir wirklich, wirklich bibeltreue Menschen, wir müssen diese erste Stelle nehmen und müssen gleich alle aufstehen, Gläser Wasser holen, durch die Gegend laufen und uns gegenseitig verteilen. Dann sagt er, ich habe schon genug. Damit wir Lohn haben, zielstrebig, in Kolosser Kapitel 2 heißt es, dass wir, weil wir jetzt gerettet sind, dass wir nach den Dingen trachten sollen, die oben sind, weil Jesus auch oben im Himmel ist. Unser Herz sollte auf die Ewigkeit ausgerichtet sein. Das ist die Ermutigung. Und Jesus will, und Paulus auch, und die anderen Diener, sie wollen, dass wir alle Früchte haben, dass wir alle reich ankommen dort in der Ewigkeit. Und dann heißt es hier in Vers 15, ich weiß nicht, wie das zu verstehen ist, da heißt es, wenn es verbrennt, wird er den Schaden zu tragen haben. Also wenn meine Werke Holz, Stroh und Heu sind, ja, und dann kommt es in so ein Feuer. Und dann werde ich auch da stehen und es ist unmöglich, es ist unmöglich zu sehen, meinem Haus beim Brennen zuzuschauen und zu sagen, endlich habe ich es los. Hat mich je schon genervt. Nein, ich werde denken, oh, mein PC, mein Handy sofort, mein Ladekabel, wichtigste Sachen. Oder das Geld, das ich da versteckt habe. Und es gibt Dinge, die so ein Feuer überleben. Ich war mich so ein bisschen unsicher, dachte so, wie heißt, wird eigentlich so ein Hausbrand, habe ich so ein bisschen geguckt, also 1000 Grad ungefähr erreicht, so ein Feuerbrand. Und Gold, dachte so, ach, Gold ist doch so ein Ding, das schmilzt doch auch so ganz schnell, ne. Gold ist knapp drüber, das heißt, Gold überlebt einen Brand, ganz gut. Und Silber auch, wertvolle Steine auch. Also die haben da, die sind auch ganz weit oben drüber, über so einen Hausbrand und denen passiert nichts. Den passiert nichts. Und das ist das, was Jesus von uns haben möchte. Er möchte, dass er Werke und Taten haben, die einen Ewigkeitscharakter haben und die von keinem Dieb, von keiner Motte, von keinem Rost zerfressen werden. Dass wir reich ankommen in der Ewigkeit. Ich habe mich oft gefragt, was ist so eigentlich so der, fragt euch das mal selbst gerade auch, was ist so den ersten Satz, den ihr hören wollt von Jesus, wenn ihr ihm begegnet? Wird er kommen? Wir werden ihm begegnen. Wir werden ja vor ihm stehen. Was ist das Erste, was wir von ihm hören wollen? Ich weiß nicht, du guter und treuer Knecht, hört sich voll gut an, oder? Du guter und treuer Knecht. Ich glaube, das will mir schon fast lohnen genug. Einfach diese Anerkennung von Gott zu bekommen, dass ich mit dem, was er mir geschenkt hat, dass ich das nicht verschlendert habe, dass ich das nicht einfach vergeudet habe, sondern dass ich damit gut umgegangen bin. Und wenn er es verbrennt, Vers 15, wird er dann Schaden zu tragen haben. Er selbst wird zwar gerettet werden, also die Errettung ist unsicher, ganz klar und deutlich, aber es wird sein wie jemand, der aus dem Feuer gerissen wird. Das ist, wenn, weil alles, was ich gehabt habe, verbrennen wird plötzlich, das tut einem selbst auch weh. Da wird man Schaden leiden. Das ist etwas, was im Lohngericht passieren wird. Also da manchmal denke ich an dieses Lohngericht, denke ich so, ich hoffe, ich schneide da gut ab. Und ich hoffe, dass das Lohngericht nicht vor allen Leuten passieren wird. Ich hoffe, dass es nur Gott und ich da allein im Zimmer sind und dann keiner sieht und dann sprechen wir alles durch. Und dann komme ich raus, sind wieder mit erhobener Hauptes oder ein bisschen gesenkt, aber egal. Aber vor allen Leuten? Ja, solche Gedanken kommen da schon ein bisschen zu. Es ist nicht das Weltgericht. Dafür dürfen wir schon dankbar und froh sein. Aber das, wie wir leben, wie wir handeln und wie wir tun, Gott sieht das Verborgene und es hat Auswirkungen auf die Ewigkeit und auch auf mein Glaubensleben hier auf der Erde. Deshalb zum Abschluss Epheser 5, Vers 16, eine Ermutigung an uns alle. Achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Törichte, also Dumme oder Unweise, sondern als weise Menschen. Wir sollen weise sein. Weise heißt, wir wissen, wie man es macht. Nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Denn wir leben in einer bösen Zeit. Also bösen Zeit heißt einer antigöttlichen Zeit. Und wir sollen nicht so leben, antigöttlich. Sondern wir sollen diese Zeit, die Gelegenheiten, die uns gibt, ausnutzen. Seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will. Dazu möchte ich uns ermutigen. Ich weiß, dass es ein bisschen so schwierig ist, was mit diesem Thema anzufangen. So geht es mir eigentlich auch. Aber trotzdem, lass uns nach Gelegenheiten suchen. Lass uns Dinge tun, dass wir aus dem Mund unseres Herrn hören können. Du guter und treuer Knecht. Du guter und treuer Diener. Über weniges habe ich dich gestellt. Und du warst treu. Über vieles möchte ich dich erstellen. Das sind alles nur Prüfungen, die der Herr uns gibt, in denen wir uns bewähren, damit der Herr uns aus dem Kleinen heraus groß segeln kann. Das möchte er so gerne tun. Amen.